Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 7. September 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1244. Heute mit den folgenden Themen. TikTok, Datenschutzverletzung, Yandex, Chromecast, Mate 50, Bitwarden und das Apple-Event, welches heute Abend stattfindet. Beginnen wir mit TikTok. Vor kurzem gab es da von der Hacker-Gruppe Against the West in einem Forum eine gepostete Sicherheitslücke. Anscheinend soll bei TikTok und WeChat eben Lücken bekannt sein, die man dann eben ausgenutzt hat. Also umgekehrt, auf WeChat hat man die TikTok-Lücke präsentiert. Da will man mit einem Screenshot beweisen, dass man über 790 GB an Daten mit 2 Milliarden Datensätzen, Nutzerdaten, Statistiken und so weiter, haben soll. Auch die Plattform Hyperbit Pond hat das Ganze bestätigt, laut anderen Quellen. Aber TikTok besteht jetzt nach wie vor darauf, dass dieser Hack nicht stattgefunden hat und dass diese Daten nicht von TikTok seien. Jetzt dürfen wir gespannt bleiben und sehen, was in der nächsten Zeit rauskommt, was da genau drin ist. Das Schöne, in Anführungs-Schlusszeichen, wenn man das Schöne nennen kann, ist, es wären zumindest keine sensiblen Daten wie Mailadressen etc., die da hinterlegt sind, sondern eher eben Statistikgeschichten etc. Natürlich ist auch das Dinge, die nicht unbedingt reinpassen, aber ja, wir werden es sehen, wir werden es sehen. Dann gibt es Neuigkeiten zu Herrn Zuckerberg. Instagram, genauer gesagt, soll eine Strafe zahlen, und zwar 405 Millionen. Warum sollen sie das tun? Weil sie Kinder nicht so behandelt haben, wie sie sollten, sprich die ganzen Daten, wenn man einen Account gemacht hat, sind früher die Instagram-Accounts der Kinder immer oder teilweise auch öffentlich gewesen. Dann konnte man auf E-Mail-Adressen und Telefonnummern zugreifen, wenn man wusste, wie. Ist nicht schwierig, aber man konnte es. Und deshalb wurden sie jetzt verknackt, also eben bestraft. Die sollen das bezahlen, kommt aus Irland das Ganze, sprich ist eine EU-Geschichte. Jetzt dürfen wir gespannt sein. Facebook selber sagt, ja, aber hallo, das ist vor einem Jahr her gewesen. Wir machen das jetzt anders und so weiter. Das stimmt, Instagram hat da ein bisschen was umgestellt auf die Möglichkeit, wie man Kinder schützen kann. Dennoch ist es ein Ding, was einfach nicht geht. Und ich hoffe, die dürfen diesen Betrag hinterlegen. Denen tut das ja nicht weh. Und die EU kann es, glaube ich, gebrauchen. DOS-Angriffe bei Yandex-Taxi. Yandex, das ist so das Google aus Russland. Oder besser gesagt, Yandex ist vielfach der Ursprung von vielen Google-Funktionen, die wir hier kennen. Die gab es zuerst bei Yandex und dann bei Google. Aber das ist eine andere Geschichte. Die haben auch, das habe ich ja vor kurzem mal erzählt, das Suchmaschinengeschäft verkauft. Oder haben das Suchmaschinengeschäft verkauft an den russischen Staat quasi. Und das andere, also andere Spartenteile, wie eben Taxi etc., das haben sie behaltet. Die wurden jetzt aber einem Hackerangriff zum Opfer gefallen. Superdeutsch wieder mal, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Was ist passiert? Ja, es wurde eine Bestellung eines Yandex-Taxis an einem Ort gemacht. Und dann kam eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine sechste. Das ging so weit, dass die Strasse, die zu diesem Ort führte und generell der Ortsteil da in Moskau so überlastet war und so zugestaut war, dass das Ganze sich 40 Minuten nicht wirklich mehr bewegen konnte. Weil eben zu viele Taxis da hingehen. Was lernen wir daraus? Man kann relativ einfach anscheinend, zumindest bei Yandex, sowas auslösen. Ob das und wie das bei anderen Diensten geht, weiss man nicht. Aber ich denke, da werden jetzt alle aufbessern. Denn hier hat natürlich die Automatik nicht gegriffen. Wenn mehrere, in dem Fall sehr viele Bestellungen an einen Ort gehen, sollte das natürlich irgendwie von der Software oder den dahinterliegenden AI aufgefangen werden. Sofern dann da AI dahinter ist. Weiter geht es mit dem Chromecast. Da soll anscheinend, Rumors bitte, wichtig, ein neues Teil auf den Markt kommen, ein günstiges Teil. Ich dachte, das sei schon günstig, aber es soll jetzt was Neues, Günstigers kommen. Wann soll das soweit sein? Mit dem Oktober-Event. Vornehmlich am 6. Oktober soll es nämlich endlich soweit sein, wo Google sein Pixel 7 und das Pixel 7 Pro sowie die Pixel Watch vorstellen wird. Wir werden sehen, ob es passiert und oder ob das kommt. Und ich bin auf die anderen drei gespannt. Gespannt bin ich auch auf Neuigkeiten von Huawei. Die haben nämlich nicht nur das Nova 10, was ich euch, glaube ich, letzte Woche erzählt habe, ein kleines, also ein Mittelklasse-Smartphone, ein sehr tolles Mittelklasse-Smartphone vorgestellt. Nein, gestern haben sie für China auch das Huawei Mate 50, genauer gesagt, die Huawei Mate 50 Serie vorgestellt. Die Mate Serie ist ja immer das grössere Modell, anders als zum Beispiel Oppo, die ihre Flaggschiffe im Frühling bringen und dann im Herbst die kleinen Modelle. Ist bei Huawei eben umgekehrt. Oder war es früher so, im Frühling kam das Brot- und Buttergerät und im Herbst kam das grosse Gerät, eben die Mate Serie. Man kann es ähnlich wie bei Samsung vergleichen. Da kommt auch im Frühjahr jeweils oder Anfang des Frühjahrs das Brot- und Buttergerät. Und dann im Herbst kam das Note, das mit dem Stift. Heute wird eher geklappt als gestiftelt. Aber das ist auch nur so eine Phase, glaube ich doch. Weiter geht es mit eben der Mate Serie, bestehend aus der normalen, einer kleinen Serie, also einer Light Serie, eine Huawei Mate E Serie. Und dann gibt es nach wie vor die Porsche Edition, die irgendwie auch ganz sexy aussieht mit diesem Hexagon, ist es glaube ich auf der Rückseite. Die normale Serie hat ein rundes Kameradesign, vier spannende Linsen hinter verbaut, ganz viel Technik, kein 5G. Wir wissen ja, Trump sei Dank. Und keine Google-Dienste. Ansonsten sehr tolle Smartphones, die ich gerne mir ein bisschen genauer anschauen möchte. Ich hoffe, das kommt auch zu uns in der Schweiz. Vor allem dieses Orange. Ist das Leder? Ist das nicht Leder? Das hatten wir doch irgendwie, zumindest veganes Leder hatten wir mal. Aber das war, glaube ich, ein anderer Hersteller. Jetzt verwechsle ich ein bisschen was. Genau. Ja. Zu guter Letzt noch Bitwarden. Oder eben nicht guter Letzt. Das nächste Thema ist Bitwarden. Der Passwortmanager von denen hat eine neue Anzahl an Millionen US-Dollar einsammeln können. 100 Millionen US-Dollar kommen von bestehenden Investoren mit hinten nach, von Hauptinvestoren und bietet ihnen die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Weshalb ist Bitwarden für eine oder andere Firma oder auch Privatperson so interessant? Ich sage immer, nutzt Passwortmanager, denn nutzt diese Dinge einfach. Das Praktische daran, es ist basiert auf einer Open-Source-Architektur und ihr habt hier die Möglichkeit vom Selbsthosten, was bei OnePassword, meinem Favoriten, mittlerweile rausgenommen wurde. Zu guter Letzt, heute Abend ist soweit die iPhone-Modelle und die Apple Watch werden vorgestellt. Die kuriosen Gerüchte, die Gerüchte kursieren ja auch, dass noch weitere Geräte kommen, wie zum Beispiel neue AirPods Pro und das eine oder andere Ding, was man noch so vermutet. Wir gehen jetzt einfach mal ganz basic rein und freuen uns auf neue Watches und neue Telefone. Ob es jetzt kein Mini mehr gibt, ob es keine Notch mehr gibt, eine Doppelpille, eine Pille, keine Ahnung was, ich lasse mich überraschen. Alles andere kommt eh, können wir hier nicht verhindern. Ich bin gespannt, freue mich natürlich auf die Bekanntgabe, wann iOS 16 und WatchOS 9 dann endlich auf die Geräte kommt. Und alles andere drumherum werden wir sehen. Ich werde euch sicherlich in der nächsten Ausgabe ein bisschen was darüber zu berichten wissen. In diesem Sinne, besten Dank euch und habt einen schönen Tag. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.